Angefangen mit Heike Freirets Buch Grüne Erziehung. Die gebürtige Spanierin und Expertin für Erziehung und Pädagogik hat auf wunderbar klare Weise zusammengefasst, was für Kinder und deren Entwicklung wichtig ist. Ihr Fazit ist, möglichst viel freies Spiel in der Natur fördert nicht nur die motorischen Fähigkeiten und den Intellekt der Kinder, es ist auch der Schlüssel zur Entwicklung einer ausbalancierten Persönlichkeit und zu einem guten Selbstwertgefühl. Mit vielen Beispielen stellt sie dar, wie sich der Mangel an Kontakt mit der Natur in der heutigen Jugend auswirkt und wie wir mit einem Umdenken im Erziehungs- und Bildungswesen ein Fundament für eine gesunde Kultur schaffen können, einer Kultur, die sich einzugliedern weiß in das große Ganze. Sie hören nun das Vorwort des Buches »Grüne Erziehung« von Heike Freiret. Die Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller verwendet in ihrem bekannten Werk »Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst«, den Begriff »Schwarze Pädagogik«, mit dem sie sich auf eine Erziehungsart bezieht, die Gehorsam durch Autorität und Gewalt erreichen will. Sie vergleicht diese pädagogische Herangehensweise, die auf einer Reihe von Wertvorstellungen, Prinzipien und Techniken beruht, mit der weißen Pädagogik, die für dieselbe Zielsetzung sanftere Methoden benutzt, wie zum Beispiel Liebesentzug und verschiedene Formen der Manipulation. Beide Erziehungsmethoden beruhen auf einer moralisierenden und negativen Sicht auf die menschliche Natur. Sie beabsichtigen, die Spontaneität des Kindes auszumerzen und gehen überhaupt nicht auf dessen Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche ein. Sie sehen in der Erziehung eine Art Drill, der das Individuum auf bestimmte Ziele abrichtet und es fehlt ihnen an Verständnis und Mitgefühl für die Entwicklungsprozesse des Kindes. Andererseits prägten einige Autoren den Begriff der »roten Pädagogik«, worunter ein kritisches, emanzipatorisches und freiheitliches Erziehungssystem zu verstehen ist, das nicht nur dem Erwerb von Wissen dient, sondern bei dem vor allem die Reflexion der gesellschaftlichen und politischen Lage die Grundlage für die eigene Persönlichkeit bildet und das entsprechende Handeln fördert. Das vorliegende Werk will ein bescheidener Beitrag zu dem sein, was man als »grüne Pädagogik« bezeichnen könnte. Eine erzieherische Philosophie, die an die humanistische Tradition in den Sozialwissenschaften anknüpft. Diese Philosophie sieht, metaphorisch betrachtet, den Menschen als Samen oder Pflanze, in deren Inneren alles Nötige zur Verfügung steht, damit sie sich entwickeln kann. Die pädagogische Aufgabe erfordert, genau wie in der ökologischen Landwirtschaft, nicht den Einsatz von Gewalt, also Unkrautvernichtungsmittel, Pestizide oder gründlichen Baumschnitt, um das Wachstum zu korrigieren oder den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen. Es ist vielmehr ein organischer Prozess der Begleitung und des gemeinsamen Lernens. So pflegt der Erwachsene zugleich sein eigenes inneres Wesen, erfüllt von Werten wie Gleichheit in Würde und Respekt und der Überzeugung, dass die Kinder uns so viel geben können wie wir ihnen. Wie ein guter Gärtner hat die »grüne Pädagogik« keine feste Vorstellung davon, was aus dem Kind werden soll. Sie beobachtet lediglich sein Heranwachsen und hilft ihm dabei, nach und nach zu entdecken, wer es ist, seine Gaben und Eigenschaften, die Dinge, die es mag, seine Interessen und seine Schwächen. Sie respektiert auch die natürlichen Rhythmen seiner Entwicklung sowie seiner natürlichen Lernfähigkeit und vertraut auf sie. Die grüne Erziehung, die das Wesen des Kindes und die Natur, die es verkörpert, achtet, berücksichtigt vor allem dessen Bedürfnis nach Kontakt mit der greifbaren, nicht vom Menschen geschaffenen Welt, damit es sich in all seinen Dimensionen gesund entfalten kann, körperlich, emotional, sozial und intellektuell wie auch spirituell. Während sich normalerweise der Blick hauptsächlich auf die kognitiven Aspekte des Menschen richtet, pflegt die grüne Erziehung, auch Ökopädagogik genannt, ganz gezielt auch andere menschliche Fähigkeiten, wie etwa die Intuition, die Empfindungsfähigkeit und die Sensibilität für Erlebnisse und konkrete Erfahrungen, die den ganzen Menschen einschließen. Sie fördert ein intensives Gefühl der Verbundenheit mit dem Leben, mit sich selbst und den anderen, sowie die Fähigkeit zu Empathie und Verantwortung. Die grüne Pädagogik bedient sich der Landschaft als Mittel der Annäherung an die Welt und ihres Verständnisses und fördert eine positive, nicht schuldbehaftete Einstellung gegenüber der Umwelt, was die Entfaltung eines authentischen Umweltbewusstseins begünstigt. Die Erde und alles, was sie mit einschließt, stellt unseren Lebensraum dar, unser Zuhause und unser geschütztes Heim. Sie ist nicht nur ein schlichtes Vorratslager oder leblose Materie, auf der mit Hilfe von Wissenschaft und Technologie agiert wird. Wenn wir uns der bekannten Gaia-Hypothese anschließen, empfinden wir die Erde als einen lebendigen Organismus, ein sich selbst steuerndes Wesen, das sich in ständiger Entwicklung befindet, um die Lebensbedingungen, von denen auch die Menschen ein Teil sind, aufrecht zu erhalten. Sie bildet eine Einheit, eine Gemeinschaft, in der alles mit allem verbunden ist, in der kein Lebewesen isoliert ist und wo wir alle voneinander abhängig sind. Die Verbindung mit der Natur ist die Grundlage für die Liebe zur Erde, eine grundlegende Einstellung, um Kenntnisse zu erwerben und zu vermitteln, die uns helfen, ein nachhaltiges Leben zu führen und damit unser Überleben auf dem Planeten zu sichern. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020